Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Komm, Lernus, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian, vielleicht können Sie Stiefs und Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Mein Mann ist vor fünf Wochen unerwartet gestorben. Das ist doch gelogen! Ich wollte ihn nicht hergeben, wir wollten für immer zusammen sein. Ich habe ihn im Garten beerdigt. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Vielleicht hat sie nur einmal für meinen Mann gearbeitet, das kam vor. Und das Taschentuch? Sein Markenzeichen. Jedes Modell bekam eins. Was hat Hans Willard mit der Sache zu tun? Nichts. Er assistierte meinen Mann gelegentlich. Und war gestern bei Ihnen? Ja. Er benutzt ihn und wieder das Atelier für eigene Arbeiten. Geben Sie mir bitte schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Magazin. Hass und Liebe. Stimmung und Drang. Angst und Lust. Ich liebe Tempo. Tempo. Bis zum nächsten Mal.